ich bin nur auf die Kohle aus ich habe mir vorgenommen ich will hier in Minecraft meine große Kohle machen ja genau so sieht es nicht aus m und ich habe Angst dass jetzt ein schnallfrösch da herkommt um 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 das muss ich gar nicht kregen oder so ja m Ja, irgendwie auf der Höhe habe ich auch ziemlich Angst, dass da, also überall habe ich eigentlich Angst, dass da irgendwie Lava unter mir sein könnte oder sowas. So. Genau, das war das. Da Dingens rein. Dann war das, warte mal, da war das. Ach, verdammt, da gibt es noch so viel zu erkunden und das war die Sackgasse. Kohle. Ja, ich brauche noch unbedingt Kohle, ich habe noch gar nichts davon. Bin noch Battlearm. Ich glaube, da komme ich nach draußen durch, oder? Nein. Vorsichtig. Ja. Weil ich mir gerade den Fingernagel eingerissen habe. Ja. Ja. Mal. Ach, da bin ich. Ja. Ist auch nett. Habe ich da einfach mal so einen sehr unsicheren Durchgang. Was soll's? Ist doch egal. Scheiß, doch auf Sicherheit, braucht auch heute keiner mehr. Ist außerdem total uncool. Ja. Ist war eigentlich wirklich so, weil... Nein, du bist einzigartig kohle. Ähm, ja, heutzutage irgendwie so, ist ja auch so, wenn man jetzt irgendwie Sicherheit sehr gern hat, also, ja, dann heißt es ja oft auch, oh, ich bin so ein Feigling und ja, warum springst du nicht von der Klippe ohne Fallschirm oder sonst irgendwas, ja. Oder aber einfach, wenn man kein Mitläufer sein will, dann, wenn man jetzt nicht gerade der coolste Typ ist und kein Mitläufer ist, dann ist das ja auch teilweise, äh, oder teilweise sieht man auch automatisch schon Mitläufer, weil man einfach Angst hat, dass man so ein Außenseiter ist oder, ja, die Gesellschaft von heute. Presented, na, featured by, ähm, Mr. Crusade. Ja, wollte schon fast sagen, bei Minecraft. Aha, ich muss da aufpassen, sonst ist da ja nichts runterfallen. Ah, ja, apropos runterfallen, Freundchen, ist gar nicht so gesund, wie es aussieht. Schon wieder Gold, aber ich glaube, das kann ich gar nicht abbauen, weil es nur ein Stick ist. Ach, scheiße, das ist doch ein Witz, oder? Ja, und jetzt würde gerade noch ein Punktenschützer gefehlt, der... ist genauso gut wie ein Bogenschützer, der mich in den Lava schießt. Nein, verdammt! Nein, verdammt! Minecraft, du Sau, ich... das war ja also man sieht vielleicht schon dass ich und ich mal frische wir sind so die besten kumpels ja bros forever ist nur gemacht einfach mit meinen let's plays nicht so langweilig sind wie auch sonst wie sie normal sie gekannt sind ich glaube da bin ich ja ich glaube da bin ich früher gegangen das gibt es auch nicht hätte ihn vielleicht gleich ausschalten sollen darunter nein 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 du nicht ja ich plattiere von mir aus da ist doch egal ist scheiß auf dich nein ich hab keine angst es sieht nur so aus ich will meine sachen wieder das verklag ich dich scheiß knallfrosch ja und so regeneriere ich auf keinen fall mehr verdammt da gibt es ja eine abzweigung ich glaube da bin ich lang oder bitte sag mir dass ich da lang bin ich hab sie wieder eine abzweigung oder nein boah gut ach Minecraft ich hab sie so verdammt spannend spannend genau das sollte ich sagen ich wollte hier nicht fluchen oder so meine rüstung der vielleicht gar nicht so schlecht gewesen ist da bin ich glaube ich runter ja also ich komme sache schon wieder näher einmal war es neben der lava Nein, ich bin da oben gegangen. Das weiß ich soweit noch. Darauf. Dann keine Ahnung mehr. Irgendwohin und dann irgendwo hin und dann nicht die Sackgasse. Ist auch egal. Verdammt, ich hätte jetzt gedacht. Na ja, auf der Stiege war noch Eisen. Minecraft-Bit. Oh. Darunter, genau. Weiter, 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 weiter. Immer weiter, immer weiter. Na ja, okay, von heute kann ich jetzt gerade nicht reden, aber... Hör mal, das war, glaube ich... Wo war das? Da drüben, genau. Genau. Ich habe es geschafft, in ein paar Minuten Level 6 zu werden. Yay. Ach, diese... Knallfrösche heutzutage. Ja, von wegen Sicherheitsvorkehrungen. Die sind so sicher, das... Äh... Gibt es ja gar nicht. Da ist noch was und dann... Reicht er schon? Ja. Was ist denn das jetzt? Da war ich schon, was? Nein. Oh, ich sollte vielleicht suchen, ob da noch irgendwo was rumliegt. Ja, ich sollte vielleicht erst mal da... Äh... Ja, kämpf gegen... Nein, kämpf gegen einander, kämpf gegen einander. Schieß, 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 schieß! Ach... Nein. Nein. Stirb, 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 du auch, du auch. Hop, 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 stirb, stirb, stirb. Stirb, bevor ich hier durchdrehe. Und ich sollte vielleicht mal wieder ein bisschen Ordnung schaffen. Hm. So. Und so. Und dann... So müsste es eigentlich schon reichen, oder? Und so. Ja. Dann müsste ich jetzt größtenteils sicher sein. Ich hau mir erst mal was zwischen die Kielen. War jetzt sehr realistisch. Irgendwann schwer. Eeeh. Mh. Das. Habe ich versucht nicht. Mh. Ist ja egal. Das ist nicht da. Das ist nicht da. Das ist nicht da. Das ist nicht da. Das ist nicht. Nein. Mein einzigartiges Ding ist verdammt. Hm. Ja. So war das irgendwie. Und dann äh. Keine Ahnung wie. Und dann so irgendwie. Und. Hatte ich da eine Ordnung drin. Oder. So. Genau. So. Und dann war das Fleisch. Das gekrochte. Ähm. Dann keine Ahnung. Das ist irgendwie so reingehauen. Und dann äh. Gravel da. Und Holz da. Und Dingstil da. Und wo ist meine Schaufel? Ist da nicht so eine Ersatzschaufel? Naja. Auch egal. Dann. Genau. Der Bogen war da. Den Bogen hatte ich da. Glaub ich. Ja. Ist doch. Ja. Hatte ich da jetzt ein bisschen mehr Fleisch schon? Nein. Ich glaub das reicht schon. Also ich mein jetzt. Das war's schon. Glaub ich. Ja. Ich hab meine. Ich hab sogar alles wiederbekommen. Fällt mir grad auf. Ja. Außer der Framerate. Die. Hat sich der Knallfrosch grad unter den Nagel gerissen. Sollte ich vielleicht das mal ein bisschen. Mein. Ja. Ach. Ah. Prösehen. Pröse, Flinz. Ich weiß. Oh. Ja. Ach. Da geht's noch. Ja. doch geht es noch weiter runter ja nett 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 ja zumindest kann ich dann nix runterfallen das ist doch schon mal gut sicherheitsvorkehrenden ja ich frage mich jetzt gerade wirklich die framework heute rauf und runter wie nix irgendwie kommt mir vor rauf und runter immer munter ha 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 nicht schon wieder du sauviech du ja was ist denn hier ist dann danke kommt nicht mit kumpel hoho und sich ja die 23 sind mir so viel wert ich muss jetzt einfach ich muss hier raus aber ich habe keine einzigartige kohle mehr ja es war eine blöde entscheidung zu sterben ja zumindest hört man noch das zwischen bevor man stirbt das ja so auf die art schon ein bisschen beruhigend einfach nicht man weiß dass man nicht aus dummheit gestorben ist weil die so weh tut ja obwohl naja manchmal ja